Du wolltest immer schon wissen, was ein Tierheilpraktika eigentlich genau macht? Dann schau dir dieses Video an und bleib dran! Lange bevor es den Beruf des Tierarztes überhaupt gab, wurde Tieren schon mit Naturheilkunde geholfen. Die Therapie wird individuell auf jedes einzelne Tier abgestimmt. Deshalb ist es bei einem Tierheilpraktiker üblich, dass er nicht nur einzelne Symptome und Beschwerden behandelt, sondern sich auf die Suche macht nach der Ursache. Im Beruf des Tierheilpraktikers wird immer auf das ganze Tier geschaut. Deshalb kommt es bei dem ersten Gespräch immer zu der sogenannten Anamese, der Fallaufnahme. Der Tierheilpraktiker macht sich so ein genaues Bild von seinem Patienten. Im Fokus hierbei stehen nicht mehr nur die Erkrankungen, sondern wie schon gesagt das ganze Tier, also der Körper, der Geist und die Seele. So kommt es oft vor, dass es für den Halter zu ungewöhnlichen Fragen kommt. Wie zum Beispiel nach dem Schlafplatz, bestimmten Vorlieben oder der Herkunft. Für den Therapeuten gibt es nie genügend Informationen über das Tier. Alles kann wichtig sein und alles bekommt seine Beachtung. Was den Haltern oft gar nicht so richtig auffällt, aber für den Therapeuten sehr wichtig ist, sind zum Beispiel das Fell. Ist es struppig? Wie fühlt es sich an? Ist es fettig? Oder der Geruch. Oft riecht man das Tier schon, wenn es in den Raum reinkommt. Oder das ganze Haus riecht bereits nach diesem Tier. Und das sind wirklich wichtige Informationen für uns als Therapeuten. Nach all diesen Hinweisen müssen erfahrene Therapeuten natürlich gar nicht groß fragen, sondern es fällt ihnen bereits im Gespräch oder im Sein mit dem Tier auf. In der Behandlung bei den Tieren werden naturheilkundliche Mittel eingesetzt. Wie zum Beispiel in meinem Fall die Homöopathie, die Bachblütentherapie, die Therapie mit Schüsselersalzen oder die Aromatherapie. Um Körper und Geist in Einklang zu bringen, haben sich außerdem bei mir die Tierkommunikation und die Heilarbeit mit Tieren bewährt. Oft spezialisiert sich der Tierheilpraktiker auf eine Richtung, mit der er persönlich gut Erfahrungen gemacht hat oder die ihm bereits bekannt sind. Wie in jedem Beruf gilt auch in dem Beruf als Tierheilpraktiker oder als Tierheilpraktikerin das Sprichwort Klasse statt Masse. Der Beruf des Tierheilpraktikers ist leider kein geschützter Beruf. Das heißt, theoretisch kann sich jeder Tierheilpraktiker nennen. Wer dennoch sicher sein möchte, dass sein Tierheilpraktiker eine zertifizierte Ausbildung hat, schaut am besten in den verschiedenen Verbänden. Ich bin zum Beispiel in dem Verband Deutscher Tierheilpraktiker. Viele meiner Kollegen und ich setzen deshalb auch auf die Prävention. Wir schauen im Vorhinein, was können wir Gutes tun, um das Tier möglichst lange gesund zu erhalten. Denn es ist so wichtig, dass Körper, Geist und Seele im Einklang funktionieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, kommentiert gerne. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und weiter über spannende Themen aufgeklärt werden möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.